Hallo, in diesem Video mal wieder ein Urteil bezüglich der Störerhaftung im Urheberrecht in Deutschland. Erst ein kurzer Abriss, wie das bisher in Deutschland gehandhabt wurde, für all diejenigen, die die alten Videos nicht gesehen haben. Wir haben hier eine normale Familie, sie verfügt über einen ganz normalen Internetanschluss, den jeder mit seinen Geräten, also jeder aus der Familie, benutzen kann. Der Anschluss läuft vertraglich über den Vater. Also der Vater und es kommt, wie es kommen musste. Auf einmal wird der Film The Greatest Hits von Josefine Mutzenbacher, die Perth Edition, heruntergeladen. Unzweifelhaft anerkannt, ein Meisterwerk der erotischen Unterhaltung, mit allem, was der Kenner so zu schätzen weiß. So sieht das natürlich auch der Rechteverwerter und er hat es gar nicht gern, wenn seine Rechte verletzt werden. Nun ist relativ klar ersichtlich, dass man nicht sehen kann, wer von der Familie denn eigentlich das Drama der knisternden Liebe heruntergeladen hat. War es der ruhige Vater, der im Geheimen schon immer auf harte Fesselspiele stand, oder eher die schüchterne Ehefrau, die tagsüber zwar als Stenotopistin arbeitet, nachts allerdings das Verbrechen auf ihre ganz eigene Art und Weise bekämpft. Natürlich kann man auch die Kinder nicht wirklich ausschließen. Einer 18, einer 16, die eventuell Anschauungsmaterial für den kommenden Biologieunterricht gebraucht haben. Da wirklich niemand sagen kann, wer es war, kann auch natürlich niemand schuldig gesprochen werden. Deswegen hat der Gesetzgeber die sogenannte Störerhaftung in das Urheberrecht eingebaut. Denn zumindest einer hat hier auf irgendeine Art Beihilfe in Anführungsstrichen geleistet. Richtig, der Vater hat die Leitung gemietet. Und in der Regel haben die Gerichte immer so argumentiert, dass der Vater, beziehungsweise derjenige, der die Leitung gemietet hat, auch wenn er die Datei eventuell selbst nicht runtergeladen hat, so hat er es auch nicht verhindert, dass ein anderer der Familie diese Datei herunterlädt. Daher haftet der Vater bzw. der Inhaber der Leitung als Mitstörer, weil er seine Kontrollpflichten verletzt hat. Das reicht dann locker aus für einen Schaden von ungefähr 1000 Euro. So lauten die Gerichtsentscheidungen seit dem ersten Tage der Urheberrechtsreform. Vor kurzem hat eine Entscheidung aus Köln ein erhebliches Loch in diese Argumentationskette gerissen. Und zwar sagte das Gericht, dass es dem Mann nicht vorgeworfen werden kann, dass er seine Pflichten verletzt hat, wenn die Ehefrau bzw. der Ehepartner die Datei heruntergeladen hat. Da der Ehepartner volljährig ist, kann dem Mann nicht zugemutet werden, den Partner zu überwachen. Oder im Umkehrschluss, man kann halt nichts sagen, du hast ihn nicht gut genug zu überwacht. In dem Fall waren allerdings keine Kinder vorhanden. Die Argumentation ist in einer jüngeren Entscheidung nun wieder aufgegriffen worden. Hier Landgericht Köln, entsprechende Aktenummer. Das ist natürlich grundsätzlich gut, denn wenn andere Gerichte dieses Urteil aufgreifen, dann ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und zwar sagte der Richter jetzt der jüngsten Entscheidung, dass wenn dem Mann also nun nicht vorgeworfen werden kann, seine Pflichten bei der Überwachung der Frau verletzt zu haben, weil er diese gar nicht zu überwachen hat, dann kann ihm folgerichtig auch nicht eine Pflichtverletzung in Bezug auf die Kinder vorgeworfen werden. Denn wenn es nun die Frau war, das wissen wir ja nicht, es ist ja nicht gesagt worden, dass es die Frau nicht war, wenn es also die Frau war, dann gab es de facto keine Pflichtverletzung bei den Kindern. Ergo ist es möglich, dass der Mann seine Kontrollpflichten durchaus erfüllt hat. Bei der Frau hatte er gar keine, bei den Kindern hat es ja funktioniert. Man weiß ja nicht, ob die die Dateien heruntergeladen haben. Ergo ist es möglich, dass der Mann gar keine Kontrollpflichten verletzt hat. Damit wurde die Klage abgeschmettert, die Störerhaftung eventuell komplett aufgehoben, durch die Hintertür quasi. Klar, das war jetzt nur ein Landgericht, das heißt nicht, dass sich andere zwingend daran halten, aber es ist ein Anfang, mit dem man für die eigenen Probleme mit argumentieren kann. Man darf also gespannt bleiben. Okay. Ich bin mir, 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 ich bin mir. Vielen Dank.